Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema professionelle Betrugsversuche. Früher versuchten Betrüger ihre Opfer mit unseriösen Gewinnspielen auszunehmen. Heute droht sogar Unheil, wenn ihr gar nicht daran teilgenommen habt. Aufgewachsen ist er in Bochum. Zur Schule gegangen, eine Lehre angefangen, dann kamen die Verführer und das Versprechen vom leicht verdienten Geld. Heute sitzt der 25-Jährige in Istanbul und telefoniert täglich mit Deutschland. Das ist sein Job. Betrug. Kein Versprechen ist zu absurd. Keine Masche zu dreist. Einem Rentner erklärt er, er habe einen Pkw gewonnen. Das Auto wird dieser aber nie sehen. Dafür aber 2000 Euro verlieren. Angeblich für diverse Auslagen. Ein Fall von vielen. Ganze Callcenter wurden für diese Betrugsmasche aufgebaut. Es geht heute um professionellen Betrug. Nicht die einzige neue Verbraucherfalle. Da überweist eine Stuttgarterin ihre Miete bei Online-Banking und hat am nächsten Morgen 55.000 Euro weniger auf ihrem Konto. Ein Leiter der Kriminaldirektion hat hierüber berichtet. Heute haben wir es bei solchen Fällen nicht mehr wie früher mit einzelnen Gaunern zu tun, sondern mehr oder weniger mit professionell organisierten Betrügerbanden. Aktuell geht es dabei um sogenannte falsche Gewinnversprechen. In Deutschland, so schätzt das Bundeskriminalamt, also BKA, dürften bislang ca. 100.000 Menschen zum Opfer dieser Betrugsmasche geworden sein. Leider ist heute gut beraten, sich mental darauf einzustellen, Betrugsversuche per Telefon abwehren zu müssen. Manchmal wird es den Ganoven auch leicht gemacht, indem persönliche Informationen bis hin zum kompletten Privatleben via Facebook oder anderen sozialen Medien öffentlich gemacht werden. Und so kommen die Betrüger an eure Informationen, um den richtigen Hebel ansetzen zu können. Doppelte Gewinnversprechen. Der Trick. Ihr erhaltet zunächst einen Anruf und euch wird mitgeteilt, dass ihr ein Auto oder einen Geldpreis gewonnen habt. Damit ihr den Gewinn bekommen könnt, müsst ihr vorab 1.500 Euro überweisen, um anfallende Steuern und Bearbeitungsgebühren zu bezahlen. Tja, geht ihr darauf ein und überweist den Betrag, klingelt etwa ein Monat später wieder das Telefon. Ein angeblicher Kriminalpolizist wird euch eröffnen, dass gegen euch ein Ermittlungsverfahren läuft, weil ihr an einem illegalen Gewinnspiel teilgenommen habt oder Geld ins Ausland überwiesen habt. Das Verfahren könne angeblich gegen Zahlung einer Geldbuße von 1.000 Euro eingestellt werden. Zum Hintergrund. Natürlich handelt es sich weder beim ersten Anrufer um eine gute Fee, noch beim zweiten um einen Polizisten. BKA-Präsident Jörg Zirke, ein Angehöriger der deutschen Strafverfolgungsbehörden, niemals würde jemand von der Polizei bei euch anrufen und zu einer Geldüberweisung am Telefon nötigen und schon erst recht nicht eine Festnahme androhen. Meistens kommt es, dass der Anruf aus dem Ausland stammt. Am anderen Ende sitzt ein in Deutschland aufgewachsener Mann oder zumindest jemand, der Deutsch sprechen kann, in den meisten Fällen akzentfrei. Die bisherigen Ermittlungen, so heißt es in einer BKA-Mitteilung, haben ergeben, dass diese Taten überwiegend von der Türkei aus begangen werden. Tja, welchen Schutz hat man? Legt am Telefon einfach auf. Wenn eine fremde Stimme anruft und es um Geld oder persönliche Informationen geht, die Betrüger setzen ihre Opfer auf typische, betrügerische Trugbilder wie Höflichkeit oder Rücksichtsnahme unter Druck. Die sind an dieser Stelle fehl am Platz. Legt einfach auf. Und dann gibt es da noch die Masche mit dem gefälschten Mobile-Tan. Der Trick. Beim Online-Banking können Kunden die TAN für eine Überweisung auch über ihr Handy als SMS von ihrer Bank bekommen. Dieses Verfahren galt bislang als besonders sicher. Da diese Kommunikation zwischen Kunde und Bank über zwei voneinander unabhängigen Kommunikationswegen erfolgt. Tja, doch Betrügern ist es in der Vergangenheit gelungen, sich als zweite SIM-Karte für das Handy eines Bankkunden auszugeben. Die Folge, alle SMS, auch die mit einer TAN, landen ebenfalls bei den Betrügern. In einem Fall konnten Gauner im September auf diese Weise 55.000 Euro erbeuten. In einem anderen Fall waren es Ende August sogar 77.000 Euro. Es gibt noch andere Varianten, die SMS mit Mobile-Tan abzufangen. Hierbei wird das Opfer zum Beispiel per Mail dazu bewegt, eine gefälschte Testüberweisung vorzunehmen, mehrere TANs einzugeben oder sogar eine getarnte Schadsoftware auf dem Computer zu installieren. Das könnten die Betrüger zum Beispiel auch mit Anydesk machen, wenn die Zugriff auf eurem Rechner haben und ihr wegen einer anderen Betrugsmasche gerade am Telefon seid. Das allein würde noch nicht ausreichen, um Zugriff auf das Bankkonto des Opfers zu bekommen. Die Betrüger müssen auch den Computer des Opfers zum Beispiel mit einem Trojaner infizieren. Naja, und nichts ist leichter als das, mit Anydesk einfach selbst zu tun, währenddessen der Betrogene einfach nur zuguckt und gar nicht weiß, was passiert. Naja, der Schutz dagegen ist ja immer das Wichtigste. Um zu verhindern, dass Betrüger Zugriff auf euer Handy oder sogar auf euren Computer haben, gibt es zwei Grundregeln. Erstens, wenn ihr ein Smartphone benutzt, solltet ihr Überweisungen nie auf diesem Gerät durchführen, wenn darauf auch die SMS mit der Mobile-Tanne ankommt. Man sollte hierfür ein Zweitgerät benutzen. Klar, das ist teuer, aber schützen kann man sich nur so. Man kann ja zum Beispiel für den Empfang der SMS noch ein altes Telefon weiter benutzen und noch am Leben lassen. Viele, viele oder viel zu viele von euch kaufen sich eh viel zu schnell ein neues Telefon. Zweitens, schützt euren Computer mit einer Firewall und einer aktuellen Virenschutzsoftware. Darüber hinaus könnt ihr aber auch mit eurer Bank ein Überweisungslimit vereinbaren. Meistens ist das schon vorab eingestellt auf 500 Euro. Auf jeden Fall kann man auf diese Weise den Schaden ein kleines bisschen minimieren. Fakt ist auf jeden Fall, auf eure digitalen Geräte kann man heutzutage ziemlich einfach zugreifen. Man hört es hier in den Videos immer mal wieder, dass die Betrüger versuchen mit AnyDesk oder TeamViewer auf den Rechner hier zu kommen. Und naja, so ein Betrüger, der hat nichts Gutes im Sinn. Und wenn er einmal auf eurem Rechner ist, wird er das auch nutzen. Und dann gibt es noch die Masche mit den Schockanrufen. Hier ist Max. Ich bin ein Freund deines Onkels. Er hat hier in Kiew einen Autounfall gehabt und ist von der Polizei festgenommen worden. So oder so ähnlich melden sich unbekannte Personen gerne mal am Telefon. Der Onkel könnte jedoch gegen Zahlung einer Kaution von 2500 Euro sofort freikommen. Natürlich eilt die Sache. Ist ganz klar. In so einem Fall muss man schnell handeln. Die Betrüger versuchen ihre Opfer nicht zum Nachdenken kommen zu lassen. Ihr größter Verbündeter ist die Überraschung. Wenn man Menschen am Telefon völlig überfordert. Ihr kennt es vielleicht sogar selbst. Egal, wer euch anruft. Oftmals oder bei den allermeisten Menschen ist es so, die ersten Sekunden bekommt man gar nicht mit, was am Telefon abgeht. Man geht zwar ran und sagt ja Hallo, aber Name und Firma verstehen die meisten nicht. Weil ein Telefonanruf kommt immer spontan. Niemand ist darauf vorbereitet. Und sitzt ihr allerdings schon am Telefon und wartet auf diesen Anruf. Naja, dann hört man sich auch den Anfang ganz anders an und ist nicht so aufgeregt. Fakt ist, sobald das Geld an die vom Anrufer bekannte Empfangsstelle überwiesen wurde, tja, ist die Kohle weg. Meistens wird hierfür sogar Western Union oder Moneygram benutzt. Sind Bargeldtransferdienste, die man vielleicht sogar kennt. Allerdings sind diese nicht ganz ungefährlich. Ja, wie kann man sich davor schützen? Ja, nicht in Panik verfallen. In diesem Fall erstmal recherchieren, was vorgefallen ist. Das Bundeskriminalamt rät zunächst einmal die Polizeidienststelle anzurufen. Denn diese kann euch sicherlich eine Information dazu geben. Diese kann bei Bedarf im Heimatort des Verwandten, Freunden oder Kollegen oder wer noch immer, einfach mal nachfragen, ob da irgendwas bekannt ist. Und zudem können die jeweiligen ausländischen Botschaften in Berlin kontaktiert werden. Das geht natürlich logischerweise nur über eine Polizeidienststelle. Und so könnt ihr innerhalb kürzester Zeit nach dem Gespräch erstmal in Ruhe, in Erfahrung bringen, ob an der ganzen Geschichte etwas dran ist. Denn sollte etwas an der Geschichte dran sein, dann hat der Anrufer auf der anderen Seite, er hat sich ja als Freund ausgegeben, definitiv auch die Zeit nochmal anzurufen. Und ihr habt erstmal die Zeit gehabt, euch zu informieren. Vielleicht bei dem Onkel mal direkt auch auf dem Handy anzurufen. Wichtig ist, dass man solche Fälle am Telefon immer meldet. Schreibt euch die Telefonnummer auf, mit der angerufen wurde. Sicherlich ist die zwar nicht echt, aber man kann es zumindest mal probieren. Es gibt ja auch Nummerbetrüger, die sich für schlau halten und dann mit ihrer eigenen Handynummer anrufen. Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teil daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.